Katie wohnt in einem Einfamilienhaus mit einem Garten. Aber ihre Familie zahlt hohe Gebühren für das Trink- und Abwasser. Trotz dieser hohen Kosten ist Katies Garten im Sommer immer so trocken und ein Regenwassersystem war etwas, das sie sich nie leisten konnte. Aber keine Sorge, Intewa hat die Lösung für Katies Problem. Der neue, zweiteilige Kunststoff-Erdtank. Die Stapelbarkeit sorgt für günstige Transportkosten. Die Tankhälften sind zudem mit zwei Personen tragbar und passen so leicht durch jede Tür. Der zusammengebaute Tank kann ganz einfach in das bestehende Regenwasserentwässerungssystem eingefügt werden. Katie kann jetzt alle ihre Vorteile mit einem frostsicheren und algenfreien Erdspeicher genießen. Ihre Pflanzen lieben sie für das weiche Regenwasser und ihr Garten bleibt den ganzen Sommer eine grüne Oase. Katie freut sich, dass sie von jetzt an Trink- und Abwasserkosten einsparen kann. Die Stapelbarkeit Die Stapelbarkeit Die Stapelbarkeit Die Stapelbarkeit Die Stapelbarkeit